Die Regierungsfraktionen der Bürgerschaft haben die Gespräche mit Vertretern der letzten Generation gestartet. Das bestätigten die Fraktionen auf Hamburg 1-Nachfrage. Demnach haben sich die Vorsitzenden von SPD und Grünen gemeinsam mit der letzten Generation bereits über klimapolitische Ziele ausgetauscht. Ein weiteres Gespräch soll folgen. Seitens des Senats lädt man solche Gespräche derzeit ab.